einfach der der armste chef der welt hier meine freunde also jetzt mal real talk ne würdet ihr irgendwo arbeiten wollen wenn das chef euch sagt und wie sieht mein gehalt aus ja nicht so prickelnd ich habe auf dem konto 0 euro ihr müsst erst mal arbeiten bis es wieder geld gibt natürlich ne würdet ihr machen und santiago hi und es nesa diesmal passt nicht alles hin joanne hat einen tag frei ach ja stimmt genau die lassen wir erstmal ausverkauft werden hier hängt auch noch so von denen ne hose kann man die nicht irgendwie weg machen ne ne müssen sie mal kaufen da so jetzt haben wir ja so oh hier sind 30 mal die hose drin noch hier hast du hier fehlt noch rest hosen grün und dings wo sind denn die anderen hosen hat man noch nicht bestellt gehabt ok hier ist noch was auspacken oder was hier sind die hosen siehst du lager ist voll ach so lager ist voll hier ist noch nicht ausgepackt die hosen hier ist noch nicht ausgepackt die hosen oh der laden brummt jetzt richtig da reichen ja bald auch keine zwei kassen mehr müssen bald die kasten vergrößern danke danke schön santiago das hört man gerne wenn hinten die ganzen t-shirts ausverkauft sind oder pullis denn werden wir die neu einordnen so vielleicht kann man ein bisschen noch rutschen hier weit mal kurz zack zack schuhe so ach du bist jetzt ein weg du alte sau ach verdammt nicht mehr richtig geschafft so 4140 sehr nice so wie sieht es jetzt aus jetzt ist die wieder da hat sich ausgeruht und hast das tag frei ist auf reserve so sehr nice so ach mit komm ach mit ganz bestimmt gut mit kunden reden nee aber ist egal ist bestimmt billig so ach mit du besetzt ja der kunden flüsterer start und beenden der macht bei hier donnerstag frei genau und der macht katrin macht mittwoch aber frei immer ein tag in der woche aber wenigstens ein tag frei immer lohnt zu niedrig katrin komm her 12 dollar lang geht der stream noch noch eine weile weil wir machen ja noch fifa heute so bestellungen weiter geht's okay also unser kredit ist abbezahlt oder was okay wusste ich gar nicht wie schnell bei unseren kredit abbezahlt jetzt so ja das war's schon die kredit ist abbezahlt oder was ganz schön Ah, so kann man die abladen, achso. Lager's voll. Ja, mega. So, ich spiel jetzt FIFA, mach das wie ein King. Ja, wir gehen auch gleich rein. King of Vita ist mega, ja. Dann werden wir jetzt hier gleich richtig schön shoppen. So, alles leer. Jetzt müssen wir mal gucken, eine neue Kasse holen vielleicht, eine bessere. Die hier mal verkaufen. 70, siehste. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann noch einen zehnten Hemden. Der Laden wird richtig brummen, meine Freunde. Und hier in der Ecke kommt eine Kasse hin. So. Okay, okay. So. Okay. Oh nein, der Tag ist schon wieder, wir haben da noch Kredit, wollte ich schon sagen, ja gute Besserung Biggie, gute Besserung, 9 mal 2 sind 18 Artikel, oben und unten können was hin, so 18 verschiedene Artikel können wir machen, hier die, ne, so, jetzt noch 4, ne, hier haben wir, dann müssen wir die neue anordnen, alle, bisschen, und dann haben wir auch schon richtig krassen Laden, Leute, und ja, Funks sind richtig, das wird später ein richtiges Rewe, ne, oder Kaufland, was, whatever, so, zack, da haben wir von jedem was gekauft, ähm, hier, packen wir auch nochmal rein, für 2000, so, jetzt haben wir genug, Leute, jetzt müssen wir wieder richtig Kohle scheffeln, das Spiel macht süchtig, ne, so nice, ja, und wir haben auch richtig, ja, aufgetont, wir haben auch Sicherheitskraft, ne, hier, du kriegst immer einen Tag frei, du bist nur Aushilfe, ne, Aushilfskraft haben wir jetzt auch schon, so, jetzt müssen wir uns ein Neu, achso, wir haben jetzt noch 2000, reicht das für die Kasse, müssen wir mal gucken, ob das reicht, mal gucken, ob das reicht, aber jetzt noch Platz für eine große Kasse, ich kann mich noch ein bisschen enger machen hier, so, ähm, ganz große passt nicht hin, zack, dann mal gucken, ob wir jetzt hier richtig, äh, platzsparend arbeiten können, ich krieg mal da noch ein, noch ein Zindeln, so, lang, ich fang mal vorne an, mit, äh, weiß, und schwarz, dann haben wir jetzt hier, aber wir müssen das mal alles, äh, auspacken hier, ich helfe dir mal kurz, Kollege, ah, fehlen noch einige, ja, die sind schon mal, ok, so, wir gucken mal kurz, ob, ähm, einen, der jetzt schon ausgepackt sind, hat, er hat gepiept, ne, ist nicht ausgepackt, warum, oh, alles noch voll hier, ja, hier sind die, ja, wir brauchen mehr Mitarbeiter, äh, nicht mal noch einen Tag, das macht gerade so Laune, ey, ich könnte den ganzen Tag das Spiel spielen hier, ist bei jedem Spiel so, ne, ist auch bei ARK gewesen, man suchtet es am Anfang so rein, bis man dann von heute auf morgen keinen Bock mehr hat, ist halt so, ne, äh, wir haben ja noch so viel Zeug, ne, da, E-Mail, königlich, ok, lohnt so niedrig vor zwei Tagen, aber die sind alle zufrieden, ne, haben echt krass verkauft, könnten eigentlich langsam mal, äh, noch nur zweite, ähm, Dings machen, Kasse, dass ich dich auch noch an Muster, warte mal kurz, ähm, Marketing haben wir jetzt einmal, so, äh, wir brauchen noch eine Kasse, ne, Manuel, Kasse ist ok, ja, hä, ich wollte gleich, äh, 10 Dollar machen, und er will nicht, hey, ist aber teuer, mein Freund, aber man kann doch, aber man kann doch für den ganzen Tag machen, ach so, geil, so geht 18, ach so, 17 und 18 ist der Feierabend, genau, so haben wir jetzt hier nochmal, Dings, äh, was macht, äh, Milena nochmal, Energie, Fähigkeiten, Marketing, genau, genau, ey, Leute, achtet mal drauf, wer ist jetzt auch noch im Stream, ist noch jemand da, ne, ne, sehr schön, freut mich, ähm, äh, genau, wenigstens einer, äh, achtet mal drauf, ab 12 Uhr, soll er die Hütte richtig bomben, ne, und Wind King auch noch da, ja, das sind so die, 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 äh, Retail Now, Retail Now, King of Retail feiern, und der Biggie auch, sehr schön, so, mal gucken, ob die Bude bombt, ne, um die, um die Abspeicher nicht vergessen, so, und rein da in die Olga, mal schauen, �inde, oder ungelost, wo es jetzt ist, wo es geht, wenn wir das, oh, klar, immer davon, wenn wir das, äh, Wim-Jun, das sind so, voll flyttbey und gefol emitted, aber dann gibt es da, bitte, du weißt das, aber nicht ja, natürlich passieren, hier ja, das selbst halten,uly where я oder hab ich das ja glücklich 56, bis jetzt das und calamatur, allgemeine, weil es das Team schon, Vielen Dank.